Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Giveaway und dieses Giveaway ist einfach ein Giveaway wo man nicht immer gewinnen kann aber es ist einfach ein geiles Giveaway und also um zu gewinnen in diesem Giveaway müsst ihr einfach nur ein Abonnent von mir sein, diesem Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, wieso ihr gewinnen wollt und warum und schreiben, ihr könnt auch zum Beispiel schreiben, ich will gewinnen weil ich das brauche oder das brauche, also ich sage euch dann jetzt erstmal um was es geht, es gibt zwei Gewinner, es geht um zweimal eine 20€ PaySafeCard, also der erste Gewinner kriegt 20€ PaySafeCard und der zweite Gewinner, der kriegt auch eine 20€ PaySafeCard und ja, dann würde ich sagen, dass ich euch alles nochmal erkläre und ja, also ihr müsst, um teilzunehmen müsst ihr einfach nur ein Abonnent von mir sein, diesem Video einen Daumen nach oben geben, in die Kommentare schreiben, wieso oder warum ihr gewinnen wollt und also die Gewinner werden dann von mir auf Facebook oder irgendwo angeschrieben, das werde ich dann, ich werde dann erstmal anschreiben und ja, dann würde ich sagen, das war es für heute, haut rein, nehmt teil und viel Spaß und viel Glück und ciao!